Liebe Schnellchen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Worms Clan Wars mit Peter Bram. Ich bin nicht blau. Ich bin blau. Wo bin ich denn? Ja, da, guck mal an. Ey, wieso? Ich sehe meine Maus nicht. Ich sehe meine Maus nicht! Hä? Jetzt sehe ich sie. Jetzt ist alles gut. Hallo, wer ist gelb? Nutz doch den Büffel, du hast schon den Büffel. Leute, im Ernst. Alles klar. Go. Danke, Peter. Danke, Peter. Hab sie so gern. Noo! Aua! Büffel! Alter! Mo! Shit! Die da oben hat er nicht gekriegt. Alter! Ja gut. Alles klar! Hab noch nichts gemacht! Noch nichts hab ich gemacht! Weißt du, ich hab schon die Hälfte meines Lebens weg. Wir kommen schon auf. Wir spielen. Wir spielen. Wir spielen die Vorgabe. Bela, was hast du da eingestellt? Wir spielen die Vorgabe Zoo. Ach, Zoo. So, guck mal doch mal. So, das erklärt auch das Eselchen. Was ist das denn? Ach, der Maul. Eichmacher, okay. Ach, das ist der. Wir haben keine Granaten. What the fuck? Den Esel können wir hier nicht benutzen. Was ist denn? Beton-Esel? In neun Runden. Ernsthaft? Aber die Esel kannst du hier eh nicht verwenden. Selbst wenn die freigeschaltet ist. Heiße, du hässliches Stinktier. Ja guck mal, das sprüht ja noch nicht mal. Devil Peter, hast du einen richtig rausgehauen. Ja, Pepp, Pepp, Schnur und Nordrück kannst du... Ach, aus jedem Wasser, wasch dich. Nein, drei, zwei, eins, hier, bumm. Also. Ein Loch. Ne, kein Loch, oder? Ne, noch kein Loch. Alter, ist das bitter, ey. Ich höre die Skyrim-Mucke rein. Nein, wir spielen ja auch im Szenario Viking. Sehr gut. Also, es ertönen nordische Klänge. Warte, wer ist denn da dran? Der ganz oben links, ne? Ganz oben links, glaube ich, ja. Fallet mich am Arsch, Alter. Das heißt, wir haben nicht mal Granaten, ey. Das ist ja abgefahren. Außer die Cluster. Ich höre ich denn jetzt. Ich bin da. Pff, what the fuck? Ich fliege gerade den größeren Fein, Alter. Jawoll, Bram. Nice. Nächste Runde, erst mal Stahlträger. Interverse Runde, Bram. Richtig geil. Ja, bin ich gespannt, was von Jay jetzt kommt. Ohne Spaß, nimm Seil. Renn da rein und nützt den Büffel. Naja, geht lieber. Ah, ja, das ist auch so. Oh. Wenn man zielen könnte, ja, ist wohl wahr. Wieso habe ich denn 10 Schaden gekriegt? Ich wollte auch nie auf Chris gehen. Das war mein Plan. Ja, geschafft. Peter, wir sind jetzt Verbündete, ne? Ja, ja. Ich finde das, ich finde das ganz schön frech, dass ich da so weit unten bin. Probieren wir doch direkt nochmal die gute alte Teleport. Also du musst warten, bis du deine Position gewechselt hast, bevor du nochmal schießen kannst. Aha. Jetzt kannst du auch währenddessen nochmal die Position... Ach shit, ich konnte nicht mehr zielen. Ja, ich hätte vielleicht eher springen sollen. Ey, wisst ihr was? Ey, was? Weil es so schön war. Oh, warte, da kriegst du selber Schaden. Oh, du hast auch schon recht. Alter. Nein, Jayne, nicht Jayne. Nein, Jayne ist tot. Ja, aber Aids ist auch weg, das ist gut. Peter, du hast Aids weggemacht. Ja, alter. Ich bin halt auf dem Klo und höre die ganze Zeit, nein, Jayne. Weißt du, für mich so, nein, Jayne. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist ja Jayne bei ihm. Komm, weißt du? Darauf geschissen! Ja. Ja, komm. Ihr seid schon, ihr seid schon. Crazy. Boah, die arme Nummer 5 da, ey. Der hat sich jetzt explodiert, bevor... Jawohl, nice. Hat sich richtig gelohnt. 80 Schaden auf den Schaden, Bram. Wie viele Büffel haben wir denn? Zwei, zwei. Haller. Ja, guck mal, Jayne, willst du dich noch mal den Büffel nutzen? Ja, kann er ja nicht, ey. Verrick ich ja jetzt. Was? Teil dich für... JOL! Jolly hat mal z'Röcken übogen gemacht. Ja, nächstes Mal, Bram, ja, ist es soweit. Oh, guck mal. Du mal griffst in der Schelle. Ey, Peter. Oh nein. Oh nein! Weil es so schön war. Boah, ich glaub, das ist die schnellste Runde, die wir je hatten. Oh nein. Alter! Läuft! Und... Der ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das hat fünf... Das waren zwei volle Würmer. Alles klar. Das nenn ich mal Minimierung. Ja, da freut er sich auch noch, der Bob, ey. Leck mich am Arsch. Und lacht er noch mal schön. Frank! Das hast du gut gemacht. Ich möchte in einer Welt leben, in der ich von der Toilette trinken kann. Ohne Ausschlag zu bekommen. Genau. Nein! Er war noch da unten da. Jetzt ist Frank wieder auf den Boden der Tatsachen gelandet. Finde ich nicht gut. Tschüss, Frank. Hi, Frank. Hau rein, Frank. Ja, ja, Jay. Irgendwas wird mich immer an Jayne erinnern. Ja, genau. Du wolltest da jetzt im Ernst drüber springen. Eigentlich war das der Plan. Ich check jetzt erst, dass du nach der Kanonefiguren als Namen benutzt. Oh mein Gott. Ja, ja, okay. Was ist das denn da? Und weißt du, wo ich es gecheckt habe? Nicht bei Frank. Bei Notwork. Sondern bei Jayne. Achso. Oh, oh. Oh, shit. Im Wasser. Richtig Premium, lieber Pramil. Holy shit, ey. Ich strapazier meine Lachmusik. Letzt. Oh, fuck. Was war das denn? Alter. Alter. Und. Nein, nicht den Kassel. Nein, den Würfel kommst du. Springen aber. Naja, wobei. Was passiert immer hier? Ich glaube, der plumpst ins Wasser, wenn du. Ja, genau. Ja, aber die sind beide weg. Wow. Sehr schön. Sehr gut. Hast du gedacht? Einer war lebt. Einer war lebt. Sehr gut. Leider. Ich dachte, ich kriege beide damit wegmachen. Schade. Nein, verständliche Röse. Ja, ist trotzdem zufriedenstellend. Guck mal, wie Johnny mit Abstand am meisten nehmen hat. Das muss man jetzt erst mal ändern. Gerade durch die Röse. Weil du vorher warst du halt. Wie viel nach rechts? Habt ihr schon alle genutzt, oder was? So. Ich will, ey, lebe. Geh doch mal auf den roten. Geh doch mal auf den roten. Ja, nee. Hallo, Peter. Nee. Nee. Ach, dann bleibt ihr da oben dran hängen. Das ist doch wohl... Witz, ey. Das ist natürlich ein ganz unangenehm Wort. Jetzt kriege ich noch das Ding uns ab, ey. Noch ein Schaf? Ich bin jetzt aber frech, dass du zu mir rübergekommen bist, Christian. Sonst hätte ich den gerne den Würfel benutzt. Nutz den Würfel. Du hast doch keinen mehr, oder? Hast du nicht schon zwei benutzt? Ich glaube, ich habe nur den 32 viel auf den Sack. Nee, ich habe jetzt einen benutzt. Du könntest... Pass auf. Um jetzt versuchen... Du könntest... Nein, den Würfel von links von mir planten, um die auf die 100 zu schicken. Ja, genau. Aber dafür hast du wahrscheinlich die Zeit nicht mehr. Oh, scheiße. Das ist halt... Naja. Machst halt einen... Nee, machst nicht mal. Boah. Loll. Ach, der ist weg. Nein! Nein! Ja, nice! Loll. Ja, also der Würfel macht mich nicht so gerne. Der ist so fixiert auf den Wurm gewesen, Alter. So. Oh, fuck, Alter. Müssen wir auch mal mitspielen. 2. Ach, du Scheiße. Einfach jetzt von rechts nach links den planten, oder was? So. Ich bin doch Büffel-Time. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Der wird richtig gut. Ja, genau, genau. Fick dich doch. Das ist Bullshit. So krieg ich die ganze Zeit Damage. Wie geil war das denn? Ich glaube, das war buggy. Cheater-Büffel, Junge. Der hatte Jedi-Mächte. Das war ein Sith-Büffel. Das ist echt, Alter. Ey. Wie ist Bullshit, ey. Warte mal. Warte mal. Ja. Ne. Ne, komm. Ne, komm. Ja. Sehr gut. nein und ich habe mich ins wasser geschossen wir gibt es gar nicht gut frau und der ruhe die runde zu recht nach der letzten runde ja da haben wir uns ja auch gegenseitig schön hart getötet gott tot wird sich jetzt ganz schlecht aus griff mich da weg geschaffen ich bin tot mit 90 ja klar ich fall doch da ins wasser dann hätte ich jetzt so gesagt außer dass die springschäfchen das war glücklich macht euch der gleichmacher das weiß ich nicht mehr vielleicht gleiches leben das wird ziemlich op kein 100er wurm von uns hätte ich direkt mal ausprobiert das ist exakt das letztes mal auch passiert ist jetzt haben alle irgendwie fünf schaden werden einige drauf ich dachte ich dachte das wäre wurmwechsel ja ich dachte das wäre wurmwechsel Jetzt ist ja wieder der dran, der hinter der Absperrung steht. Nice. Chris hat noch richtig viel jetzt am Stilzeln. Irgendwas kannst du doch bestimmt noch mal zerstören. Boah, ich mach's dir nach rechts runter. Das ist super scharf. Hä? Sorry, oder? Ich'll gleich auf die 82. Ja kannst du auch machen. Das stimmt. Döööö. Ich weiß noch nicht, ob ich da durch, ja, da. Ins Wasser! Jawohl! Nice. Wollen wir nochmal schaden. Uff. Pfot, 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 ich hier draufgehe. Wir können genau wie wir alle kein Leben haben wegen dem scheiß Auto. Das ist krass. Scheiß auf den Esel. Das ist dann echt die ärmste Sau. Scheiße auf den Esel, der Bulle ist denn los da. Ich bin der Erste, der wahrscheinlich stirbt, ey. Ich glaube, ich überlebt das nämlich gar nicht mehr. Warum wird denn... Peter tötet mich jetzt und ich ertrinke unten. Scheiße. Ich glaube, ich bin der Erste, der weg ist. Ey, aber du bist doch jetzt nach oben gleich dran, oder? Du bist doch jetzt dran, oder? Du bist doch jetzt dran, oder nicht? Bin ich jetzt schon dran? Glaub nicht. Ja, selbst wenn nicht, hast du nur drei Leben. Wenn du dran bist. Richtig. Ja, stimmt. Acht minus fünf bis drei. Ich glaube, Mathe hatten wir gestern schon. Okay, pass auf, wir machen jetzt Flick 17. Okay. Oh mein Gott, ich weiß was aber. Das klappt, Alter. Das war ja ganz... lol. Wo gehst du denn jetzt hin? Er will das einsammeln, er will das einsammeln. Geht das denn? Weiß ich nicht so genau. Ja, es geht, es hat ihn geheilt. Tatsache. Das war nicht, was ich geplant hatte. Du wolltest noch weiter fliegen, oder? Ja, eigentlich schon, klar. Aber immerhin. Ich glaube, ich muss hier mal aus dem Wasser raus. Habe ich so das Gefühl. Ja, bleib da stehen. Oh, wir haben Seile. Hab ich gar nicht so nachgedacht. Ernsthaft, für die 19 ein Superschaf? Ja. Ja. Tatsache. Ich will die auch wenigstens mal benutzen. Weißt du, wie oft hat man einen Superschafen-Spiel? Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Was ist denn eigentlich Rinderblitz? Das weiß ich auch nicht. Das Beste ist. So, das Beste kommt zum Schluss. Die Esel können wir leider nicht benutzen. Das Geile ist, Christian ist mit seinem 4-Punkte-Wurm vor mir. Mit 3-Punkte-Wurm. Mit 3-Punkte-Wurm. Zurecht. Wir haben halt nichts. Wir haben halt beide gar nichts mehr. So, komm jetzt ein ganz sanfter. Ganz sanft. Da könntest du beide mitmachen mit ein bisschen Glut. Sei sanft, Baby. Wenn du zu 30 eher hinwirfst? Ja. Vielleicht landet der auch bei der 7. Ja, gut dran bei. Was? Lol. Nicht mal eingetroffen. Ey, das Loch sieht aus wie zwei Huhn. So. Wie war das? Das Loch sieht aus. Toll. Ja, challenge komplett, wa? Warum krieg ich keine Schieße mit? Was will ich denn da unten nur mit Münzen, ey? Benutz nicht den Rinderblitz, Peter. Was ist denn der Rinderblitz? Benutz den Rinderblitz. Ja, weiß ich eben nicht. Wo ist der denn? Wieso hast du den denn nicht selber benutzt? Ich, Idiot, muss den jetzt benutzen oder was? Ich kann den auch nicht benutzen. Ich kann den auch nicht benutzen. Was ist denn der Rinderblitz? Verdammt scheiße. Das ist bestimmt, das ist bestimmt irgendwie fällt eine Kuh vom Himmel oder so. Aber sowas habe ich gar nicht. Töte ihn nicht. Ich benutze den Equalizer. Töte ihn nicht. Töte ihn nicht. Töte ihn nicht. Gleich mal habe ich doch schon benutzt. Der hat nicht funktioniert. Ja, aber vielleicht muss man neben einem stehen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen habe überhaupt. Die Lebensleistung sind ja echt der Knaller, ey. Ich habe auch gar keinen mehr, Bram. Man hat nur einen. Aber ich check immer noch nicht. Was ist das denn? Ich will das jetzt wissen. Das wäre so. Oh. Das ist aber lieb von dir. Ja, kein Ding. Ich will das jetzt versuchen. Ah, stimmt. Das hat jetzt die Leben angeglichen. Das war ja geil. Beziehungsweise Bram hat Leben an mich abgegeben, glaube ich. Ja, ja, weil er hatte ja mehr. Also, das nutzte dann wirklich, wie gedacht, an einem Wurm, der mehr Leben hat. Nur nicht auf Distanz. Was soll ich denn jetzt hier... Das ist ja... Das ist ja auch kein Schlaf. Klotz der geflügelten Affen. Ja, genau. Würde mich mal interessieren, was das ist. Ja, der Scheiße ist. Wind Monkey. So, da ärgere ich jetzt P damit. Komm, setz dein Hütchen. Also, guck an. Warte. Hui. Wow. Da ist der geflügelte Affe. Oh, der hat Plopp gemacht. War das Kisten? Das war ein Kisten. So, ich habe gar keine... Wie heißt das? Kuhblitz oder... Naja, bei mir steht da auch nicht nur neben. Wahrscheinlich kann man die nicht machen, weil das irgendwas von oben ist. Ja, aber ich habe halt nur... Entweder den... Achso, den Bovenblitz. Ah, okay. Jaja, stimmt. Das wird sowas wie der Esel sein. Hm. Aber das ist echt ein Problem, dass ich jetzt hier... Scharf. Peter wegmachen. Wie Peter wegmachen? Ramm wegmachen. Hatte doch noch drei Sekunden, ne? Nein, ich dachte... Oh. Ich dachte die... Die Zeit... Ach, Gott. Peter mit einem Granatenwurf des Jahrhunderts. Oh. Ach scheiße, man hat ja gar nichts zum legen. Nee. Kannst ja einfach ne Cluster da reinlegen und dann weghüpfen. Dein 24er überlebt doch sowieso. So. Whatever! Bitches! Loll! Der muss ja gar nicht. Die Wand macht das auch mehr. Jetzt kommt's nur nicht auf den Anker hoch. Schade. Klar. Wow! Der Schaf springt drüber. Der Schaf springt drüber. 100 Pro springt da drüber. Er reicht ja. Ja! Boom! Wuh! Danke, Peter. Das war eine spannende Runde. Heiligen Geschwister. Obwohl am Anfang richtig viel am Anfang gefickt wurde. Das stimmt. Oh ja. Das war erst... Auch nischerweise war das... Captain Chaos gewinnt die Runde, ja. Ha! Wollen wir mal wissen, wie viel... Wie viel Damage hat das... Rot dominiert, Alter! Rot dominiert ja gar nicht. Ey, haben aber die meisten gesammelten Kisten, ja? Alter, der Frank hat mit dem... Der Meister legt einen Feuerschaden. Der Frank hat mit dem Ding 291 Schaden gemacht. What the fuck, ey? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Johnny hat gewonnen und äh... Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Tschüss!